Tropische Temperaturen lassen sich am besten im Wasser aushalten. Dementsprechend viel los ist derzeit in und an den Badeseen, wie hier am Alfsee bei Osnabrück. Auch die Ufer der Flüsse, wie hier am Rhein bei Köln, sind proppevoll. Auch wenn ein wenig Wind beim Sonnenschirmspannen hinderlich ist, macht er die Hitze wohl etwas erträglicher. Eine deutliche Abkühlung verschafft jedoch nur das Planschen im etwa 25 Grad warmen Wasser. Und das für Mensch und Tier. Wem das zu langweilig ist, für den bieten sich noch eine Menge Alternativen an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017